auf der Hedge und YouTube auf der Hedge auf und Hedge Test Test 1 2 3 hallo Test und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Testleistung hier auf meinem Kanal ich wollte heute versuchen ein paar Runden DVD zu zocken, ich hoffe es funktioniert alles ich starte gleich das Spiel, muss aber selber erstmal kurz gucken, ob alles läuft aber ich glaube schon aber bis jetzt glaube ich schon bis jetzt, mal gucken ob es sich nachher ändern geht, wenn ich im Game reingehe immer kurz, der App sollte ich automatisch bei euch nachher auch mit verändern, normalerweise also nicht wundern, wenn ich ab und zu nach unten gucke, weil ich momentan alles mein Handy rege heißt Chat und und im zweiten Bildschirm quasi habe ich jetzt, okay ich muss ja was gucken, muss mal kurz stumm schalten sind gleich wieder da ich hatte im größten Ton getestet, aber von Ton her sollte eigentlich alles in Ordnung sein guck mal wie im Game aussieht ich wollte eigentlich so ungefähr für eine Stunde oder zwei Stunden eigentlich live aufnehmen aber ich weiß nicht, ob es dazu kommt halt auch nur, wenn alles vernünftig läuft dann natürlich halt da ist er grad laut bei mir ähm, und ich wollte ähm, tägliche Rituale machen hier wir haben, ich hab hier nämlich ein paar offen auch schon angefangen, zum Beispiel mit ähm mit die Hexe ein überlebende viermal treffen, während wir uns teleportieren das äh, ich kann die Hexe überhaupt nicht spielen ehrlich gesagt, ich bin richtig schlecht mit der Hexe, aber egal dann machen wir es einfach mal, versuchen auf jeden Fall Lobby erstellen und ich hoffe, dass ich jetzt etwas mehr Rückkabel bei Leuten finden, weil ich war letztes Mal heute, wo ich gespielt habe, war ich glaube ich drei Minuten oder so in der Lobby ich hab auf Überlebende gewartet ich hoffe, geht's aber schneller sieht aber gar nicht genau aus, ich würde schneller gehen ich könnte Blutnetzpunkte verteilen, aber ich möchte ehrlich gesagt nicht auf die Hexe verteilen, weil ich die eh nicht so mag, ehrlich gesagt, wenn dann ich glaube ich sie auch nicht bereit mache, erstmal kann ich mal Maike Meyers machen, oder? kann ich mal Maike Meyers machen ich bin mir immer nicht ganz sicher, welche Killer ich jetzt hauptsächlich spielen möchte komm, dann mach ich Maike Meyers ganz egal und hier die Blutnetzpunkte erstmal verteilen, die haben wir hier warten haben wir wenigstens was zu tun wenn wir hier 85.000 haben wir noch äh äh hab das funktioniert und 36 Metern krass das muss ich safe haben geht nicht anders was was ist das hier? oh auch nicht schlecht, nehmen wir auch einfach mit gleicher, wo sie dauert oh ich werde die Fähigkeit der nächsten runde einhändig eine überleben zu töten äh der festgehalten wurde geheim was sagt hier hier holen ich habe mich schon davon viel angriffen viel angriffen ist nur 20% vermindert nimm mal das hier mit gehen dann in diese Richtung nimm dann auch mit so haben wir das wichtigste alles eingesammelt ich warte weiterhin auf hier weitere Opfer geil wenn man so lange warten muss krass ich habe was? keine Blutpunkte mehr? ich bin gerechnet na egal äh kann man später ausstatten wir machen wir wir gehen wieder zu Jägerin ich hoffe wir kommen endlich einer wenn nicht müssten wir zwangsweise das Überlebender spielen war ich dafür welche Rituale ich kapariere den Gegenwert von drei ganzen Generatoren können wir reitrisch auch machen wir warten etwas wenn keiner kommt spielen wir das Überlebender aber warte mal noch ein bisschen und dann bin ich auch krass da kommen sie jetzt alle dann schon bereit machen warum dauert das momentan so lange verstehe nicht seit paar tagen dauert das ewigkeiten bis irgendwelche überlieben gescheuen weiß ich gar nicht woher das liegt ehrlich gesagt und ich hoffe dass der internet überhaupt mitmacht weil ich jetzt live bin und dann auch noch äh online spiele ich hoffe der internet macht das mit die grüßung hier raus im multimedia dreckst du ach mann hau auch nicht ab da dann er ist ein ladehildschirm überstehen krass was ist jetzt los irgendwie krass hier wird hier ist bei mir beendet krass noch nie gemacht Komisch. Wie ist das hier beendet? Bist du dich verarschen? Er ist einmal live. Er möchte einmal einen Test machen und sofort läuft alles schief. Er hat sich einfach beendet. Ohne Fehlermeldung nichts. Einfach geschlossen. Aber dann springt das Überlebender. Kein Bock wieder als Killer so lange zu warten. Ich glaube, das Überlebender geht es eigentlich immer schneller. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass es Überlebender immer schneller geht, eine Lobby zu finden. Krass, kotzt mich da jetzt an, dass ich einfach beendet. Ehrlich. Malerweise müsste das Bild jetzt auch bei euch kommen. Ich hoffe. Wie sagt ihr kein Bild? Aber jetzt, okay. Wie gesagt, jetzt machen wir uns sofort als Überlebender. Als Killer dauert das Ewigkeiten. Mit Freunden? Nein. Dann machen wir halt das Ritual. Reparieren den Gegenwert von drei ganzen Generatoren. Nehmen wir sie hier sofort. Oder? Geil, das ist eigentlich für nicht. Auf Vorgabe wird auch keiner. Geil, aber ich tritt ein Lobby. Geil, das ist ja auch nicht. Ich tritt ein Lobby. 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 Superkiller. Topkiller. Nächste Lohi beitreten. Kommt mir vor, als wäre es bei der da gerade wieder neue veröffentlicht worden. Krass. Trinken 270. Euer Ernst? 190, 154. Das klaren, so kommt man hoffentlich. Hoffe es gut. Wenn das nicht funktionieren sollte, muss ich mir was anderes überlegen. Allerdings such dir jetzt erstmal, das ist mal die Hauptsache. Solalowitsch überleben, dann passt das schon. Wie viel leider würde ich schon mal lieber ein DVD, aber... Jetzt sind wir endlich drin. Ich habe meistens das Glück, wenn ich starte, ist sofort der Killer... Oh nein, es ist... Nein. Da war schon die Sword-Pucke. Fuck, ich hasse diesen Killer. Muss ich mich doch noch konzentrieren, hab ich nicht mit gerechnet. Ah ok, der jagt gerade einen anderen, sehr schön. Jetzt kann ich hier meine Generatoren fertig machen. Ist das dein Ernst? Alter Ver... Junge! Lauf weiter, ok. Hat er mich gesehen eigentlich? Doch nicht, ne? Egal. Die sollen wir ruhig mal weitermachen, dann mach ich mal hier fertig. Jetzt kommt er noch! Fick dich Junge! Oh! Oh! Schau! Oh! Hust du hin? Hust du jetzt? Bitte sieht er mich nicht, bitte sieht er mich nicht. Geil. Ich möchte da ehrlich gesagt gerne den Generator weitermachen, aber ich hab Schiss gerade. Denn. Ciao. Ich weiss nicht wo der ist, ich weiss nicht wo der ist, dahinten. Kann ich hier jetzt eigentlich wieder weitermachen oder? Ah ok, ja ich bin dem andern. Wo liegt der denn? Geht nicht. Ach da. Darf ich mal so weit weg von hier? Komm beeil dich, Alte, komm beeil dich. Krass. Hat er sich gerade selber befreit oder wurde er runtergeholt? Versuch hinzukommen, Junge, versuch hinzukommen, versuch hinzukommen. Versuch mal, ob du gerade eben etwas... Kracke, die ganze Zeit nie... Fuck. Sorry, Junge, sorry, ich wollte dir helfen, aber nicht funktioniert. Endlich schon tot, ich brauch den Schlüssel nicht gefunden, glaube ich. Ach, moin. Mach da keine Generatoren, das ist scheiße eigentlich. Ich verwisch nur ein paar Spuren und hoffen, dass der... einen Abhaut. Eigentlich soll ich gar kein anderes machen eigentlich, ne? Weil, soweit ich einen fertig habe, beginnt die Falle, ne? Ah, dann redet ich dir eh schon wieder. Dann mach ich jetzt einfach mal nicht ganz fertig, ich mach einfach mal... zur Hälfte oder so. Ich glaube jetzt etwas mehr als Hälfte. Nein, er ist tot, warum? Wie, du musst ja gerade schon kämpfen? Kracke. Kracke. Da waren sie noch zwei. Was ist da hinten? Der war gerade mal irgendwo hier. Der weiß, woher ich hier bin, der hat ja den Generator gesehen. Hat er noch gesehen. Der weiß, was er nicht kriegt? Schalkyler. Scheiße! Hau ab! da weg da konnte bestimmt gleich wieder hat er mich gesehen krass haben wir abkühlen er hat mich nicht er hat mich nicht gesehen krass aber ich hau jetzt ab war nichts auf dem nacken der ist auch ein generator ich den kollegen hier mal da ist er Hilfe, Hilfe nicht auf den Baum krass, nice, super, top, junger oh, da ist die Luke, geil tschau alter, verpiss dich mal von mir alter, leck mich, Killer, leck mich krass, wollen sie nix in der Palette ah, fuck äh, fuck, er hat er klappen können er hat er klappen können, shit, kacke er hat er wahrscheinlich 60 Minuten, na, war klar ja, parken, ja, ne, war so klar also, die man nicht beendet machen wir den Ritual, bitte nicht fertig okay, ich will auch, okay, ich will nicht sterben versuch zu tun, okay, bald war so klar, ich dann nicht schaffe hinter dir, hinter dir, hinter dir Junge, hilf mir nicht rum, geh nicht rum, geh nicht rum, geh nicht rum krass, was geht ihr gerade? Alter, Killer, hau doch mal ab bin ich gerade echt nicht lustig, was du hier machst alter, ich hasse dich, Killer, ich hasse dich askard, was man, das ist eigentlich so schlecht, ne ja, kacke, ich habe einen, der heute noch passiert ja, ich meine, der täglich hat alle nicht mehr ach, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich zwei gemacht, hab ich nur einen gemacht, na egal ich nehme ich gerne mit viel Wetten gut die Punkte nicht bekommen 7.000 was na egal müssen wir nächstes Mal besser machen aber ich habe viel überleben ja gar kein Ritual mehr ich muss wieder als Hexe versuchen und dann stehe immer wieder 1.000 Jahre in der Lobby geht schon, komm vielleicht irgendwie auch vergangen ja, gut können hier haben wir nicht hier zur Auswahl gesagt kann man so lassen müssen einfach nur warten bis sie wieder ein paar Leute reinkommen da nicht tun an denn Untertitelung des ZDF, 2020 Was? Ja, solange ihr noch keine reinkommt, kann ich mal kurz was machen. Nur kurz. Einstellen. Hmm. Hmm. Ja. 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 So. Also nicht verwundern, wer jetzt irgendwas hört. Ein paar Geräusche oder so Ilik be hätte ich mich natürlich beim deutschen Lawencias einstellen. Solange wir Probleme warten, kann ich das noch machen. Das heißt, die kommen sich gerade. Wir wollen einfach wieder ins Spiel reingehen, ich war gerade die ganze Zeit im Internet, weil ich mal getrückt habe. Ey, die Hexen mag ich nicht, die Hexen mag ich nicht so. Ich bin also mit Hexen richtig schlecht, ehrlich gesagt. Warum? Ne, ne. Wenn ich jetzt wieder nur noch einen langen Lallebildschirm überstehen, dann haben wir's. Ich komme mit den Fallen von der Hexen, ich weiß nie, wo ich die am besten platzieren kann. Was da immer irgendwann sinnvoll ist, das ist keine Ahnung. Dann möchte ich um die scheiß Rituale beenden, dann hat sie gesagt für mich erledigt. Jetzt habe ich ja die Lobby eröffnet, mal gucken, ob er leckt und ich würde nicht hoffen. Dann fangen sie schon mal gut aus. Ach, hier ist das schon gut. Kann man hier auch mal rein, ne. Kann man hier auch mal rein, ne. Kann man hier auch mal rein, ich weiß nie, wo ich die Dinger am besten platzieren kann. Ich mach einfach mal irgendwas hier. Naja. Fass, die. Wieso wurde ich vorhin mal zu kriegen, jetzt. Ähm. Da hat sie Glück gehabt. Da hat sie nie Glück gehabt. Da hat sie nie Glück gehabt. Da hat sie nie Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob das einfach rumgelaufen ist. Kacke. Ich hör's auch nicht da. Ah. Ach, hier ist wohl auch einer, ne? Wollt's sagen, ich hab die irgendeinen reparieren hören. Das ist wohl so gedacht. Mach's nun da, Junge. Lässt du meine Totems da stehen? Der leckt richtig. Krass, ich hab auch so zu lecken. Alter, wo ist der hin? Da. Nein, fuck. Hätte er klappen können. Ich hab vergessen, dass ich mit dem Spiel nicht springen kann. Ach, so geht's auch. Warte mal kurz. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Äh, nimm mal den, Junge. Ich glaub aber nicht, dass ich ihn noch aufhängt fliegen würde. Ich glaub, der kann fliegen, glaube ich. Ah, ich wusste. Kacke. Alter, wie lange braucht die denn? Komm, nimm mal die andere alte hier. Was? Mann. Ich hasse das. Ich weiß gar nicht, was der für ein Perk ist. Da hab ich schon so oft gehabt, dass meine Gegner sich sofort, äh, befreien können. Ey, wo ist der? Wo ist der halt hin? Wo ist der halt hin? Wo ist die Kiste hier? Ich weiß nicht. Ich kenn mich mit dem echt nicht so gut aus. Da ist die Kiste. Könnten liegen lassen, aber mach ich nicht. Da komm ich gar nicht raus, scheiße. Egal, der kommt. Bleib liegen. Verreck einfach irgendwie. Ich würd schon sagen, hier hab ich irgendeinen gesehen. Wo ist der alte? Wo ist der irgendwie noch liegen? Ach Mann, ich hab kaum, ich krieg ihn noch hin. Da war wohl nix. Ja, der Obenweg hab ich gerade gemacht. Ich glaub derweg gerade gemacht. Ah fuck. Wo ist die alte? Ich hör die rumlaufen. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich glaub die war unter mir. Kann das? Das hab ich so gedacht. Geil, sehr schön. Genau das, genau das muss ich machen für mein Ritual. Ah. Ah. Ich glaub ich werd nicht einen einzigen holen. Dann zwei. Ah ok. Ach. Alter, der leckt immer so krass, ne? Ich schwör, bei dem kenn ich glaub ich gleich, Alter. Der endlich auch ins Spiel raus ist. Alter. Geht ihm ja auf den Sack in seinem Klettern. Und direkt im Keller. Sehr schön. Wollte ich gar nicht. Könnte nützlich sein. Oh! Ah! Ah! Eeh! Ah! Eeh! JAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Du kannst ein Generator nur noch, ich hab nicht nur geachtet, wie gesagt Alter, wenn ich mich verarsche, muss ich sehen? Nein Ähm, so ganz blind bin ich aber auch nicht Da hinten läuft der noch Komm, die alte will ich nicht entkriegen Komm, 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 komm Krass, wo ist die denn? Alles klar, dafür habe ich kein Auge So, liegen bleiben Nee, komm, egal Komm, egal Ähm, toll, jetzt weiß ich nicht, wo ich die Milik habe Inni erstmal Oh Da ist er, glaube ich tot jetzt, ne? Ich mach doch Nein, immer noch nicht, kacke Was, die will safe entkommen Darum nicht, über den Ach, herrlich. Riesenleim. So, jetzt kann ich die aufheben. Oh, doch. Ach, doch, ich bin wieder auf. Naja, hau du mal schön ab hier. Na, hau ab, Cooper. Ich versuche, ich mein Glück da mal schnell hinzukommen. Nee, hau ab, will ich gar nicht den. Und den will ich gar nicht. Ah, sind beide Tore offen, Ars klar. Dann GG, sind alle entkommen. Naja, egal. Ah, okay, okay. Da ist es immer so ätzend, wenn die alle immer so warten müssen, ne? Krass. Komm, verschwindet du jetzt auch? War nicht immer hier die Luke in der Nähe? Da, wo ich dann komme, aber nicht durch die Luke in die Scheiße war. Das kann ich einfach abhauen. Charltic, irgendwie nix ne Online-Chat gibt, wo ich sagen könnte, komm, verschwinde oder so. Aber leider gibt's das nicht. Gerade mit angerufen, aber gerade seit gar keine Zeit. Alter. Junge, ich kann grad nicht. Weißt du, drückst du einen weg und dann merken den gar nicht, wie ich überhaupt den weggedrückt. Ruf ich aber nochmal an. Kann ich einfach abhauen. Im Ernst. Ich schlag dir extra. Aus Prinzip steig ich jetzt nicht. Scheißegal. Ich darf nur abhauen. Nein. Verpisst dich. Nein. Will ich nicht. Mein Gott. Hau einfach ab. Krass geht die mir auf den Sack, Alter. Ohne Witz. Hau dir jetzt mal endlich ab. Die sollen sich auf den Sack gehen. Die sollen sich mal abhauen. Aus Luke gleich die nicht entkommen. Das kannst du vergessen. Okay, war dumm von mir. War richtig dumm. Ja, ey, warten müssen, bis die ja... Aber egal. Dann sagen wir Punkte. Ich muss die nochmal spielen. Guck's doch gar nicht. Mann, einmal muss ich das mal machen. Ich hasse die Hexen. Ich probiere die Stellen. Tschö, Tag. Ich probiere dich. Ich probiere dich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weil ich muss dann kein einstellen Er ist diese nochmals Ich habe ich einen eingestellten meldet sich nicht mit euch alle begrüßen so aber irgendwie Ist schon eingepennt Was nicht wurde hin und keine ahnung Ja Log in, Junge, Log in, alles falsch mit dir ich habe keine Ahnung, irgendwie, ich glaube, es ist zu viel vom Internet, weil ich gerade Leistung an habe, noch ein DVD drin bin und gerade noch hier im Internet mal versuche, so hat man da gar nicht so wirklich, ich hoffe, dass das nicht so schädlich ist. Nee, der lockt sich gerade ernsthaft nicht ein, muss ich nachher mal versuchen, weil mir stand gerade zuflägerweise, ich weiß nicht, mir ist gerade einer gefolgt, ich weiß nicht, ob ihr gerade einen Chat geschrieben habt, weil hier stand gerade im Chat vom Chat getrennt, komischerweise. Vielen Dank. Ach, die Runde geht los, habe ich zu spät gesehen. Das ist gar nicht, weil es drin ist. Ich muss jetzt viermal auf Diabolik 3 kommen. Was sollte machbar sein, Meike Meyers? Ich weiß auch gar nicht, wie weit er in die Runde geht. Ich weiß nur, ach man, der mich gesehen hat. Verdammt. Ja komm, bleib mal schön stehen, bleib mal aufladen, bleib mal schön stehen. Lass, ich stalker den und versuch's zu stalken, aber der ist mal so schnell hinter den Felsen geschwunden. Der shabbelt nicht auf Diabolik 2 gerade zu kommen. Komm, zeig dich, Junge. Krass. Krass. Geil, dankeschön, dass du das Stinger-Mil ist. Du bist viel besser als der andere. Krass. Wie schnell sind die? Ich hab noch nicht eingeschlagen, weil ich gerade versucht, Diabolik 3 zu kommen, da ich die Rituale schnurde innen kann. Ich glaub, ich sollte am Anfang zu schlagen. Komm, die schnau ich mir jetzt. Beruh' dich, Junge. Beruh' dich, Junge, beruh' dich. Beruh' dich, Junge. Beruh' dich. Und ich glaub' ich kann den... Wir werden jetzt erst sofort killen, wenn der ist am Haken hin, glaub ich, ne? Glaub ich. Was sind die Beine? Halt. Halt. Habe ich noch mal, hallo? Krass, die ruhig drehen hält nicht mehr lange an. Verdammt, 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 verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Hier ist keiner schade, die reinkommen jetzt an, wenn die reinkommen. Ah, zwei Generator nur noch. Dreck mich. Wir werden eine Katastrophenrunde. So, wenn ich den jetzt wiederkriegen könnte, kann ich den killen. Weiß nicht, ob der war, weiß ich nicht. Egal. Ach, mal stalken. Geil. Oh, beruhig dich, Junge, beruhig dich, beruhig dich, Junge, Junge, Beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Ich bin ja schon nicht weiter. M1, töten. Schau dir. Gefällt mir. Oh. Einer ist tot. Ich weiß auch nicht, wer es sein konnte. Plötzlich ist er umgekippt. Einfach so. Ich hab nichts gemacht. Verdammt. 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 Ich bin doch Diabolik zu rein. Ich konnte auch nur einmal solch machen, ne? Ah, ist gut. Ja, kann ich auch mal machen. Der hing nämlich auch schon einmal. Halt. Leider. Andern erwischt. Nein. Okay. Geil, Junge, geil, hast du super gemacht. Dankeschön, deine Hilfe. Hast du gut gemacht. Ach, Halbüchen, beide super, okay. Nein! So. Ich glaub, wenn ich den Aufhänger bin, bin ich tot, ne? Ich will hoffen. Nein, auch nicht. Das war bei der Falsche. Bliere fliegen. Bliere fliegen. Bliere fliegen. dann muss auch immer hier sein oder der die luke von warte bis das spiel kommt ja auch sein habe ich die arsch kalt weil ich weiß nicht wo die luke ist dann ganz knapp ich glaube ich habe viermal geschafft aber ich müsste mein ritual mit mich auch schon beendet haben jetzt noch erwischt so jetzt schon die dinge malen nehmt noch einer gleicher glücken für die luke oder er wird und kann den generator reparieren und entkommen hat die ecke hier wo die drei hälften auch etwas länger an junge kommt nicht schafft würde ich hoffen wir hoffen das nicht schafft verdammt 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 laufen wir ins messer genau laufen wir ins messer geil Ake ist auch in der Nähe was nein ich hasse sowas der weiß nicht wo der hin ist voll ich habe echt keine Ahnung wo der hin ist ich habe ihn irgendwo gehört das habe ich noch gesehen liegen bleiben verschafft gar Geil. Geil. Hört mich sehr. Hab ich nicht mehr mit gerechnet, weil die am Anfang so Gas gegeben haben. Unbarmherziger Killer. Geil. Auch da haben wir freigeschaltet. Super. Spielbewerten. Ich hab ja gewonnen, also gut bewerten. Keine Pizza für dich, Sir. Krass. Wer war das? Wer hier? Rang 14, krass. Rang 14, krass. Rang 14, 16, 15. Nicht schlecht. Rituale habe ich alle abgeschlossen. 53.000 Punkte könnte ich jetzt mal von geben. Mach ich jetzt mal nicht. Mal. Irgendwann einmal. Äh. Unrituale. Unrituale. Schock DVD, ehrlich gesagt. Nicht Unrituale. Da könntest du drauf. Äh. Ich glaube. Da mach ich einfach einen Cut jetzt erstmal. Ja. Eh nur einen Test kriegen. Darum. Ich danke fürs zu gucken zu hören. Bis bald. Ich danke. Oh.